Meine Lieben, wo heute ist etwas sehr Plötzliches erschienen. Und habt ihr gehört? Die Klingel funktioniert. Und das ist echt Plötzlich passiert. Ich habe erst mal einfach die Klingel gedrückt. Vorher hat es gar nicht funktioniert. Und jetzt klingelt es. Ich habe so ein Glück bekommen. Ich war einfach so froh. Die Klingel funktioniert. Die Klingel funktioniert. Die Klingel funktioniert. Bei jedem Haus funktioniert jetzt die Klingel. Das würde ich jetzt gerne zeigen. Die erste. Jetzt gehen wir mal rüber zum nächsten. Ähm, ich habe noch dieses Haus. Warte. Hier. Hier, Wodka. Oh, meine Klingel geht nicht. Was wird jetzt kaputt? Hilfe! Hilfe! Okay, das war kalt. So. Aber die ist etwas schwer. Kann ich sagen. Jetzt gehen wir mal zum nächsten. Und zwar sollte es jeder kennen. Die Luxuswiller. Ich glaube, das hat jeder. Und dann gehen wir mal zum letzten. Das ist dieses hier. Die Klingel funktioniert auch. Zwei Häuser haben wir selber gemacht. Das ist hier einmal dieses Dollhaus und einmal die Luxuswiller. Zwei Häuser haben wir schon gespuckt. Also mit Sachen verkauft. Und... Und da... Und da war schon... Und das haben wir ex... Die zwölf Häuser, die ich vorhin noch gezeigt habe. Ähm... Die... 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 Na ja. Das ist so groß und so. Also ihr habt gesehn wie schön das ist. Und was ich noch zeigen Wie im Karmus auch mit Effekt... Das ist einmal dieses älteren Bett. Das sollte auch jeder kennen. Das ist von Wert 1 von ... Denki... Ich hab grad ausgedruckt keinen angeduckt... Ja. ,, Lichter gehen an und aus, wir können auch von innen gucken, die sehen von innen so aus, mit Lämmchen, ja da ist gerade die Tinte auf mich gekommen, ich sehe die duf aus, dann nehme ich mich an. Das sieht wie Sonnenstrahl aus, echt jetzt, ich bin so froh, ich habe solche schöne Effekten, und sieht aus, also ihr seht diese Lämmchen da drin, da leuchtet das, genau so, und ja, das fühlt sich jetzt wieder ein, ganz oben ist das Elternhof. Und ja, Julian will noch was sagen, ich hoffe euch hat das Video gefallen, und wir versuchen noch einmal zu klingeln. Und habt ihr das diesmal gehört? Ja, bestimmt, oder? Okay, hey das ist so unfair, ach Julian bitte. Okay, ich sage mal bis zum nächsten Mal, und ihr könnt uns noch kurz das abonnieren, und ich hoffe euch hat es wieder gefallen, und ich sage mal bis zum nächsten Mal, euer Violet, tschaui. Bye! Bye! Und dann geht's.